So, mir hat mal jemand gesagt, eine kleine Geschichte jetzt. Ich verstehe nicht, dass Menschen lockerflockig bereit sind, 30, 40 Euro und mehr zu bezahlen für einen Liter Motoröl und kippen den problemlos in ihr Fahrzeug. Gar kein Thema. Auf der anderen Seite sind sie nicht bereit, 10 Euro für einen Liter gutes Olivenöl zu zahlen, was sie hier reinkippen. Ist das Fahrzeug kaputt, kriegst du ein neues. Neuer Leasingvertrag, zack, neues Auto. Ist dein Körper kaputt?